Automatisiertes Marketing, das für dich im Hintergrund verkauft wie ein Schweizer Uhrwerk, das wollen wahrscheinlich alle. Und irgendwie schaffen es ganz wenig Unternehmer, weil sie ganz bestimmte Dinge einfach falsch machen. Und es reicht schon, wenn du hier ein paar kleine Dinge falsch machst, dass das ganze Konzept nicht aufgeht. Was sind die häufigsten Fehler? Welche Software musst du eigentlich benutzen? Was sind die wichtigsten Key Performance Indicatoren, an denen du dich messen musst? Und wie kriegst du dieses Thema eigentlich zum Laufen und was kannst du eigentlich erwarten? Genau darum wird es in diesem Video hier gehen. Wie du schon siehst, geht es in dem Video um vier große Schwerpunkte. Nämlich als allererstes möchte ich dir einmal alle wichtigen Informationen auf einen Blick geben, die du wirklich brauchst, um für dich eine Entscheidung zu treffen. Macht automatisiertes Marketing für dich überhaupt Sinn? Wenn ja, wie? Mit welchen Mitteln? Mit welchen Lösungen? Als zweites schauen wir uns einmal die Benchmarks an. Das heißt, da geht es darum, was musst du machen, damit du immer besser performst als deine Wettbewerber. Ich werde dir hier nicht nur alle Benchmarks geben, die der Schnitt so bringt, sondern ich werde dir auch sagen, mit welchen Tipps und Tricks du immer über dem Benchmark bist, immer über dem Schnitt. Dann schauen wir uns als nächstes die beste Strategie zur Lead-Gewinnung an. Hier gucken wir uns mal alle Traffic-Kanäle an und dann gebe ich dir die Best Practice von meinen Kunden und auch aus meinen letzten Jahren Erfahrung. Immerhin 14 Jahre Unternehmertum. Und last but not least schauen wir uns natürlich auch an, wie wir diese Strategie im Detail aufbauen. Das heißt, da gehe ich wirklich in alle kleinen Punkte rein und ich zeige dir drei konkrete Fallbeispiele mit echten Zahlen, wie wir das bei Unternehmen implementiert haben und wie du das ganz einfach auch für dich nachmachen kannst. Dieses Video hier wird eine Weile gehen. Das heißt, wenn du es nicht an einem Stück gucken möchtest, gar kein Problem. Drück einfach unten auf Speichern und später ansehen, dann kannst du immer wieder in dieses Video reinspringen und auch immer wieder natürlich das ganze Stück weit gucken. Und es macht auch Sinn, wenn du an der Stelle meinen Kanal abonnierst, dann wird dir in Zukunft natürlich das Video auch vorgeschlagen oder auch ähnliche Videos, wo ich ähnlich ausführliche Erklärungen mache. Starten wir durch. Also automatisiertes Marketing, das dauerhaft und zuverlässig kauft, verkauft wie ein Schweizer Uhrwerk. Darum geht es heute. Und wir starten mit allen wichtigen Informationen. Denn ich möchte ganz am Anfang einmal aufräumen mit auch den ganzen Fehlinformationen, die so im Markt sind. Es gibt immer wieder so den Wunsch, dass man denkt, ich mache automatisiertes Marketing und dann muss ich gar nichts mehr machen. Und ganz ehrlich, das ist reine Fiktion. Das funktioniert nicht. Wir müssen ganz, also damit automatisiertes Marketing laufen kann, muss eine ganze Menge in deinem Unternehmen richtig funktionieren. Beginnen wir als allererstes einmal mit den ganzen Möglichkeiten, die wir haben, um automatisiertes Marketing zu machen. Und hier muss man eine Sache ganz klar unterscheiden. Und zwar kannst du einmal natürlich automatisierte Kaltakquise machen. Und hier gebe ich dir eine wichtige Abkürzung. Das funktioniert nicht. Egal wie, automatisierte Kaltakquise funktioniert nicht. Es gibt einen einzigen Kontext, in dem das Ganze funktioniert. Und zwar im Cold Mailing. Wenn du versuchst, automatisiert, also vollautomatisiert, zum Beispiel bei LinkedIn, Outreach, Leute anzuschreiben, ich kann dir jetzt schon garantieren, die Quoten werden brechenschlecht sein, wenn überhaupt du jemals eine Anfrage generierst. Von daher muss der Weg ein anderer sein. Der Weg muss sein, du generierst einen Lead. Und zwar zum Beispiel über ein Webinar, über eine Landingpage, über ein Beratungsgespräch, über einen Lead-Magneten. Und dann kannst du automatisiert diesen Lead qualifizieren, bis zur Vertriebsreife und dann abschließen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Wege, die man nutzen kann. Du kannst das Ganze, schauen wir uns mal an, zum Beispiel über SMS machen, über WhatsApp, über tatsächlich auch Post und Brief, lässt sich automatisieren, über E-Mail-Marketing. Du kannst natürlich auch Dinge wie einen WhatsApp-Facebook-Messenger nutzen, wie einen Facebook-Messenger nutzen. Aber der Facebook-Messenger zum Beispiel hat das Problem, dass er in der breiten Masse nicht als seriös wahrgenommen wird. Von daher brauchen wir natürlich ein Medium, was auf der einen Seite eine extrem gute Öffnungsrate hat, also wo wirklich deine Botschaft ankommt und gelesen wird. Und auf der anderen Seite brauchen wir ein Medium, was bezahlbar ist, weil sonst wird dein automatisiertes Marketing doch ziemlich teuer. Und das wollen wir nicht. Schauen wir uns doch mal an mit einem Rechenbeispiel, was bedeutet es eigentlich für dich, den Kanal auszuwählen. Wir machen mal folgendes Beispiel. Beispiel, du generierst, um hier wirklich ein gleiches Zahlenverhältnis zu haben, du hast insgesamt 10.000 Leads generiert. Über ein Jahr, über zwei Jahre, über drei Jahre. Oder du hast sie in deiner Datenbank vielleicht auch jetzt schon. Und du willst mit ihnen jetzt ins Marketing gehen und willst mehr Umsatz damit machen. Und ich würde jetzt mal als minimale Frequenz ansetzen, dass wir sagen, bei 10.000 Menschen, die versuchen wir im Monat irgendwie viermal zu erreichen. Das ist einmal pro Woche, das ist nicht viel. Bei einer SMS hast du im Schnitt einen Preis von 7 Cent. Der variiert um Nullkommastellen, aber wir gehen mal aus von 7 Cent. Das heißt, wenn du jetzt hier diese Menschen im Monat kontaktieren würdest, würde dich das 2.800 Euro kosten plus Software. Man muss natürlich gucken, welche Software. Es gibt Software, die ist sehr günstig. Da würdest du das wahrscheinlich sogar für 10, 12, 15 Euro hinbekommen. Aber grundsätzlich, du hast schon mal 2.800 Euro auf der Uhr. Wenn du das Ganze mit WhatsApp-Marketing machen willst, das ist natürlich so der aktuelle Mega-Hype WhatsApp-Marketing. Alle wollen WhatsApp-Marketing machen, bis sie die Preise kennenlernen. Das hat einen Grund. Du hast bei WhatsApp eine Preisspanne. Die ist von 4 bis 11 Cent pro Nachricht. Also eigentlich nichts dazwischen. Entweder 4 oder 11. Aktueller Stand heute. Und das hat damit zu tun, ob du eine Service-WhatsApp-Nachricht schreibst oder eine Promotion-WhatsApp-Nachricht schreibst. Auch hier gibt es noch mal ein paar Unterschiede. Manche WhatsApp-Nachrichtendienste kannst du nur mit Template benutzen. Andere kannst du komplett frei benutzen. Ja, hier gibt es, wie gesagt, Unterschiede. Auch hier ein ähnliches Szenario. Wenn du jetzt pro Monat diese Menschen erreichen möchtest. Wir gehen immer von dem 10.000 aus. Du kannst ja sagen, ich möchte nur 1.000 erreichen. Das ist halt immer durch Faktor 10. Dann wären wir hier bei 1.600 Euro bis 4.400 Euro. Und jetzt kommt aber auch wieder die Software dazu. Es gibt sehr günstige Marketing-Software für WhatsApp-Marketing. Liegt so um die 30, 40 Euro im Monat. Und die meisten allerdings sind momentan bei 100, 200 oder sogar 400 Euro im Monat als Grundpreis. Und wenn du dann noch 10.000 auf einmal erreichen willst, wollen die meistens noch ein Add-on. Das heißt, es wird tendenziell eher teurer als günstiger. Beim Brief-Postkarte auch natürlich eine Möglichkeit. Allerdings organisatorisch recht hoher Aufwand. Brauche ich dir, glaube ich, nicht vorrechnen. Wird wahnsinnig teuer bei 10.000 Kontakten. Hat man früher gemacht, macht man heute nicht mehr. Die E-Mail kostet uns, wenn wir eine Marketing-E-Mail versenden. Also keine normale über ein Outlook und Ähnliches. Sondern eine Marketing-E-Mail kostet uns die etwa 1 Cent. Etwa 1 Cent. Dann merkt man natürlich auch, warum E-Mail-Marketing noch immer so interessant ist. Das ist hier eine ganz einfache Rechnung. Und die wissen viele nicht. Viele denken, ja, wir müssen jetzt WhatsApp-Marketing machen. Wir müssen Facebook-Marketing machen. Wir müssen das machen. Alles nett. Aber bei dem Kosten-Nutzen-Verhältnis von 1 Cent, also wir sind jetzt hier beim Viertel bis Siebentel der Preise, haben wir hier im Prinzip einen Preis von 400 Euro im Monat, wenn wir sagen, wir kontaktieren 10.000 Menschen. Je nachdem, was für eine Software, sinkt das nochmal weiter auf irgendwie um die 100 Euro. Das heißt, wenn wir jetzt hier ein Abo haben, können wir für 100, 150, 180, also unter 200 Euro, 10.000 Menschen vier und mehrmals im Monat erreichen. Und dann wird natürlich automatisiertes Marketing wirklich interessant. Zumal wir beim E-Mail-Marketing auch die Möglichkeiten haben, Dinge zu tracken. Wir können sagen, wer hat die E-Mail geöffnet, wer hat geklickt, wer hat sie nicht geöffnet. Und aufgrund dessen gibt es ein bestimmtes Follow-up. Das heißt, wenn du automatisiertes Marketing machen möchtest, ist E-Mail-Marketing einfach eine essentielle Säule. Wichtig, nicht das Einzige, aber eine essentielle Säule. Das heißt, es wird irgendwie ein zentrales Element in deinem Marketing sein, dass du E-Mail-Marketing sinnvoll aufsetzt und ausbaust. So, schauen wir uns nochmal bei dem Thema E-Mail-Marketing an. Es gibt hier nämlich zwei unterschiedliche Arten E-Mail-Marketing. Und auch das wissen ganz viele nicht. Es ist beides E-Mail-Marketing. Das eine ist Cold-Mailing. Also man könnte hier auch von Outbound sprechen und das andere ist Inbound-Mailing. Das heißt, das eine geht an Kontakte, die du nicht kennst. Das andere geht an Kontakte, die du kennst, die in deiner Datenbank sind. Datenbank heißt hier nicht die gekaufte Datenbank, denn die kennen dich ja nicht. Gekaufte Datenbank wäre jetzt hier ein Cold-Mailing. Und hier kann ich dir mal ganz kurz sagen, gibt es unterschiedliche Tools für, genauso wie beim Warm-Mailing. Und das ist ganz wichtig. Es gibt kaum gute Tools, die beides können. Das heißt, es ist tatsächlich eine andere Tool-Landschaft, ein anderes Verständnis auch von diesen ganzen Prozessen. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn du ins Cold-Mailing gehst, da sind die marktführenden Tools sowas wie Apollo, Woodpecker, Lemlist. Da gibt es natürlich noch ein paar andere, aber das sind so die drei größten Systeme, die die meisten dort benutzen. Wenn du beim Warm-Mailing bist, wäre es zum Beispiel Klicktipp, ActiveCampaign, Brevo, Mailchimp etc. Auch bei den Kosten gibt es hier große Unterschiede, weil du musst hier bei dem Outbound-Email-Marketing, musst du das Tool bezahlen, die Datenbank und gegebenenfalls auch die Abmahnungen. Denn das Ganze ist halt nicht DSGVO-konform. Das heißt, du hast hier immer ein Risiko, was damit einhergeht. Und das Risiko ist nicht nur eine Abmahnung zu kriegen, sondern auch schlechte Bewertungen zum Beispiel oder sogar ein Domain-Blacklisting. Sehr unbequem, dann heißt, du verbrennst gewissermaßen deine Domain, kannst auch keine eigenen Mails mehr davon versenden. Der Unterschied hier ist, dass du bei dem Inbound-Mailing DSGVO-konform arbeitest. Das heißt, du hast hier nichts zu befürchten, wenn du das Ganze richtig aufsetzt. Das funktioniert im B2B und im B2C. Das heißt, hier im Cold-Mailing können wir zum Beispiel nur im B2B arbeiten. Und auch was die Kosten angeht, haben wir hier natürlich auch das Tool und wir haben den Aufwand für die Lead-Generierung. Wichtig noch, beim Cold-Mailing kannst du auch nicht endlos viel in jeder Zeit versenden. Hier gibt es natürliche Limits, die haben damit zu tun, wie gut konvertieren deine E-Mails und wie weit kannst du ein Warm-Up deiner IP-Adresse machen. Jetzt wird es ein bisschen technisch, aber grundsätzlich kannst du davon ausgehen, etwa 50 bis 100 Kontakte pro Tag pro Mail-Account. Das heißt, wenn du einen Mail-Account hast, ist bei 100 am Tag Schluss, bei 3000 im Monat Schluss. Das heißt, selbst wenn du 10.000 Kontakte anschreiben willst, bräuchten wir schon mal mindestens vier Mail-Accounts. Wenn du die viermal im Monat anschreiben willst, bräuchten wir noch mehr. Das heißt, auch hier brauchen wir eine ganz andere Ausgangsbasis, ganz andere Logik im Hintergrund. Cold-Mailing ist in der Regel erheblich komplizierter in der Eigenumsetzung, als wenn du ein Warm-Mailing machst. Um hier mal noch was ganz wichtig zu wissen, warum ist die E-Mail eigentlich immer noch gut? Die E-Mail ist tatsächlich total massentauglich. Das ist wichtig zu verstehen, denn im Verlauf der Customer Journey gibt es 90% der Befragten, die sagen, ich gebe irgendwo meine E-Mail-Adresse an und bekomme auch E-Mails von einer Firma, mit der ich interagiere. Das heißt, 9 von 10 werden per E-Mail, per Newsletter irgendwie kontaktiert und werden auf neue Produkte aufmerksam. Auch hier kann man sagen, dass die E-Mail nach wie vor total vertrauenswürdig ist. Bei 81% der Baby-Boomer, was wahrscheinlich den größten Teil deiner Zielgruppe darstellt, ist die E-Mail super vertrauenswürdig. Übrigens anders als ein Facebook-Messenger oder die SMS, die auch nicht so richtig gut ist. WhatsApp ist das Einzige mit dem Postversand, was ansatzweise auf dem Level funktioniert. Und die E-Mail ist ein super genutztes Medium. Nicht jeder hat WhatsApp, tatsächlich. Natürlich haben sehr viele WhatsApp, aber nicht jeder. Nicht jeder hat Telegram. Nicht jeder hat den Facebook-Messenger. Das heißt, von den Befragten in Deutschland kannst du davon ausgehen, dass über 62% ihren Posteingang mehrmals am Tag öffnen. Mehrmals am Tag. Über 89% täglich. Das heißt, jeden Menschen, den du erreichst, den erreichst du tatsächlich. Das ist komplett anders als bei allen Social-Media-Kanälen. Wenn du zum Beispiel einen Facebook-Post heute machst von deinem Facebook-Unternehmenskonto, falls du sowas noch hast, und du machst einen Post, erreichst du 0,1% deiner Fans, die dich abonniert haben. Ei, ei, ei. 0,1% gegen hier die Chance auf über 89%, die täglich in ihr Postfach gucken. Also ein Riesenunterschied. Deswegen ist E-Mail-Marketing einfach noch nicht wegzudenken. Und ich sage deswegen noch nicht, weil wir noch keine bessere Alternative haben. Natürlich gibt es Einzelbereiche, und die werde ich auch noch aufzeigen. Es gibt Einzelbereiche, wo WhatsApp-Marketing zum Beispiel deutlich besser performt. Und dann soll man bitte WhatsApp-Marketing machen. Aber es ist kein Massenmedium, weil dann wird es zu teuer. Genau. Was ist grundsätzlich der Ansatz, wenn man jetzt hier anfängt, automatisiertes E-Mail-Marketing? Warum automatisiertes E-Mail-Marketing? Es geht grundsätzlich darum, die Anzahl der Touchpoints zu steigern. Denn was E-Mail-Marketing und was die ganzen Automatisierungen niemals ersetzen können, ist, dass du Vertrauen aufbauen musst, dass du deine Interessenten abholen musst, dass du mit ihnen über das Problem redest, die Ausgangslage, die Lösung, Nutzen kommunizierst. Aber wir haben die Herausforderung, dass Menschen sich heutzutage immer langsamer entscheiden. Und das hat damit zu tun, dass wir immer mehr Informationen zur Verfügung haben. Das heißt, Menschen, die ja vor, ich sag mal, 10, 15, 20 Jahren hatten wir viel weniger Medien, um uns so Entscheidungen ranzuziehen. Es gab nicht so viele Vergleichsangebote, auch nicht so viele Vergleichsfirmen. Wir sind global geworden und durch diese Globalisierung und durch die Digitalisierung, durchs Internet, durch Social Media, bekommen wir mehr Informationen. Und das führt dazu, dass im B2C mittlerweile 14 Touchpoints nötig sind, bis etwa 80% deiner Klienten oder deiner potenziellen Kunden die Entscheidung treffen. 14 Touchpoints. Im B2B sind es übrigens 20 Touchpoints. Wenn du irgendwann es vielleicht mal gehört hast, es gab im Marketing mal so die Rule of Seven. Das war die erste Studie, die dazu durchgeführt wurde. Und wie es der Name schon sagt, damals waren es sieben Touchpoints. Ist allerdings auch 1980 gewesen. Das heißt, das verändert sich hier. Tendenziell brauchen wir immer mehr Touchpoints. Jemand kommt also mit dir in den ersten Kontakt, klickt auf eine bezahlte Anzeige, schaut sich ein Video von dir an oder sieht einen Social Media Post von dir, bekommst Post, whatever. Das ist der erste Touchpoint. So, und jetzt ist das Spiel eigentlich eröffnet. Das heißt, jetzt geht es darum, gezielt die richtigen Touchpoints zu setzen. Und da ist E-Mail-Marketing halt das perfekte Mittel. Stay in touch, also dieses in Kontakt bleiben. Und grundsätzlich im E-Mail-Marketing nutzt man natürlich jegliche Aktionen, Rabatte, Feiertage, Produkteinführung, Einladung zu Events, zu Webinaren. Das sind alles perfekte Ansätze, die man im E-Mail-Marketing wunderbar machen kann. Das heißt, als allererstes Verständnis. Wir haben alle wichtigen Themen hier schon mal geklärt. E-Mail-Marketing nach wie vor eins der günstigsten Methoden und eins der wirkungsvollsten Methoden. Wenn man es mit anderen Dingen kombiniert, noch besser. So, und jetzt müssen wir uns natürlich mal anschauen, wie schaffst du es denn immer besser zu performen als der Wettbewerb. Und hier müssen wir uns erst mal anschauen, was brauchen wir denn eigentlich, um besser zu performen als der Wettbewerb. Als allererstes müssen wir natürlich mit dem richtigen Tool arbeiten. Wir müssen an den richtigen Tagen versenden, zu den richtigen Zeiten, in der richtigen Frequenz. Und dann gucken wir uns mal die ganzen Kennzahlen an. Und wir schauen uns dann an, was wirklich zählt. Da wird es dann ganz spannend. Beginnen wir mal mit der Tool-Auswahl. Du kannst ein E-Mail-Marketing-Tool, natürlich bekommst du wahnsinnig viele Tools. Und ich will dir jetzt auch nicht vorschreiben, welches Tool völlig in Ordnung es gibt. Ganz viele Tools. Und meine Meinung ist, dass du, wenn du es richtig machst, mit jedem E-Mail-Marketing-Tool Erfolg haben kannst. Aber mit anderen Tools geht es einfacher oder schneller. Deswegen möchte ich dir auch hier nochmal sagen, was sind die wichtigsten Dinge, auf die du achten musst. Part 1. Es gibt listenbasierte Systeme und es gibt Tag- oder Flag-basierte Systeme. Der Unterschied, den kannst du dir so vorstellen, du hast entweder eine Excel-Liste mit Empfängern, die ein bestimmtes Thema bekommen. Oder du hast eine Datenbank und die bekommen Attribute angehangen. Das heißt, du hast wie so Zettelchen, die du an deine Kontakte ranziehst. Und dann kannst du nach diesen Zetteln filtern. Du kannst also jederzeit sagen, zeig mir alle an, die Produkt A gekauft haben und Produkt B noch nicht. Und dann hast du eine Teilmenge und an die schickst du eine E-Mail. Du merkst es schon, es wird deutlich präziser, wenn es Tag- und Flag-basiert ist. Das Thema Listen-basiert würde ich heute gar nicht mehr anfassen. Glaub mir, du holst dir nur Probleme ins Haus. Kurze, kurze, mach mal die Abkürzung, du holst dir nur Probleme ins Haus. Nicht machen. Automation oder Workflows. Es gibt in jedem guten E-Mail-Marketing, in jedem gehobenen E-Mail-Marketing-System, gibt es sogenannte Automations, Workflows. Flows, Flows heißen die manchmal, haben immer so ein bisschen andere Namen. Ist aber immer das Gleiche. Es sind halt solche Systeme hier. Ich sage mal ganz gern, das sind so Setted-and-Forgetted-Systeme. Und hier ist eine Sache ganz wichtig zu verstehen. Die sollten, arbeiten eigentlich immer als Evergreen. Das heißt, du hast nicht jetzt eine Aktion, wo dann etwas passiert und danach nie wieder. Sondern, du baust eine Kampagne. Diese Kampagne hat irgendwie einen Startfilter, wo du sagst, okay, alle in der Datenbank, die jemals diesen Startfilter erreichen, kommen in die Kampagne. Und jetzt kann es sein, dass du die Kampagne heute baust, heute startest und dann laufen halt 8000 Leute durch. Okay. Aber in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren werden immer wieder neue Leute da durchlaufen, ohne dass du irgendwas machst. Und das ist eigentlich das große Geheimnis. Das heißt, du brauchst Evergreen-Kampagnen. Das können eigentlich alle Tools. Natürlich alle ein bisschen unterschiedlich, aber grundsätzlich können das alle Tools. Entscheidend ist natürlich für dich, es wird erheblich einfacher, wenn dein E-Mail-Marketing oder Automation-Tool eine Schnittstelle zu Zapier, zu Make, Publy oder Integrately hat. Am besten natürlich zu allen. Das sind Vernetzungstools. Das heißt, du kannst es so vorstellen, wie so eine, wie so, als hättest du zwei Schokostecker. Ja, so ein normaler Stromstecker. Und du hast in der Mitte so eine Verteilerdose und dann weißt du, okay, dein E-Mail-Marketing hat einen Stecker und dein Kalender, dein CRM-System hat einen anderen Stecker. Und in der Mitte diese Leiste, das ist so eine Verteilersoftware, so eine Schnittstellensoftware wie Zapier zum Beispiel, wie Make, wie Publy, wie Integrately. Das heißt, du kannst damit problemlos dein E-Mail-Marketing mit allen anderen Tools kombinieren. Und so kriegen zum Beispiel dein E-Mail-Marketing auch die Info, wenn jemand was bestellt hat, jemand sich ein Formular eingetragen hat auf deiner Webseite, im Shop was bestellt hat, whatever. Auch gut ist so eine Rest-API, so eine Schnittstelle. Export-Import ist natürlich ein Minimum. Das können alle Tools. Brauchst dir niemals Sorgen machen, können alle Tools. Du kannst immer aus jedem Tool deine Daten mitnehmen, ein neues Tool. Also auch Tool wechseln ist nie ein Problem. Und es gibt manche Tools, da kannst du vorher meistens auf der Webseite recherchieren. Die haben spezielle Schnittstellen zu CRM-Systemen, Online-Kalender, Online-Kursplattformen, Landing-Page-Tools, Formular-Editor, Zahlungsanbieter. Das heißt, wenn du zum Beispiel HubSpot im Einsatz hast, Close, Pipedrive, dann kannst du ein System nehmen, was natürlich da eine Schnittstelle zu hat. Oder du hast Calendly oder E-Termin im Einsatz, dann kannst du das machen. Oder du arbeitest mit Learning Suite oder mit Elo-Page oder mit Digibiz, dann kannst du hier natürlich auch bestimmte Tools nutzen und so weiter und so fort. Grundsätzlich achte einfach darauf, dass es so viele Schnittstellen gibt wie möglich. Das hier oben ist die größte Maßgabe. Das Tool muss unbedingt eine dieser Schnittstellen können. Sonst würde ich es heute nicht mehr benutzen. DSGVO-konform ist natürlich sinnvoll und sagen immer alle ja. Aber ich persönlich finde, dass das Thema DSGVO wurde lange Zeit zu heiß gekocht. Wurde niemals so heiß gegessen. Du kannst auch mit Tools, die nicht in der EU liegen, arbeiten. Es ist nur komplizierter. Und du hast an manchen Stellen brauchst du einen Double-Opt-In, wo du mit einem Tool aus der EU einen Single-Opt-In benutzen kannst. Das ist jetzt nicht der Game-Changer für dein gesamtes Marketing. Aber es macht etwas schon einfacher, ob dir jetzt jemand nochmal bestätigen muss oder nicht. Weil wenn du für jeden Lead bezahlst, bezahlst du natürlich auch für die, die nie bestätigen. Obwohl sie eigentlich E-Mails bekommen würden und er ist lediglich die erste untergegangen. Ja, ist ein bisschen schade. Und ich würde dir empfehlen, nimm dir ein Tool, was DSGVO-BiDesign hat. Also was von Hause aus die DSGVO-Standards erfüllt, wo du nicht extra etwas einstellen musst. Es gibt so gerade amerikanische Tools, die kannst du wahnsinnig anpassen. Und dann kannst du alles umstellen und dann sind die DSGVO-konform. Aber das muss man erstmal alles wissen. Ein Tipp übrigens auch, wenn du dir ein Tool holst, solltest du die AGBs beachten. Wer liest denn AGBs? Natürlich kein Mensch. Wir klicken ja immer sofort drauf und sagen, yes, AGBs akzeptiert, gar kein Thema. Aber ich will dir mal eine Sache zeigen. Und zwar ist ja auch kein Geheimnis, steht auf der Webseite. Deswegen verunglimpfe ich jetzt hier niemanden, sondern ganz offiziell zu sehen. Active Campaign. Eines der größten Systeme, eines der bekanntesten Systeme hat in den AGBs stehen. Und ich finde, das sollte man durchaus wissen. Wir können Nachrichten und Inhalte jederzeit aus beliebigen Grund löschen oder entfernen. Aus beliebigen Grund. Okay, die geben sich also sehr viele Optionen, sagen wir es mal so. Wir überwachen auch Aktionen der Nachrichtenempfänger, um festzustellen, ob die Anzahl der zurückgewiesenen Nachrichten, Missbrauchsmeldungen und oder Abmelderaten über dem Durchschnitt liegt. Okay, was ist denn jetzt ganz genau der Durchschnitt? Steht hier nicht. Wenn eine Rate mal anormal wird, kann Ihr Konto manueller Prüfung durch Active Campaign unterzogen werden. Darüber hinaus kann Active Campaign Ihr Konto im Fall von Beschwerden der Empfänger über Spam oder unerwünschte Nachrichten, was du übrigens immer hast, sperren, sofort sperren oder kündigen. Sie haben keinen Anspruch auf Rückerstattung jeglicher Art. Hm. Sollte man wissen, dass man bei Active Campaign übrigens immer Jahresabos hat. Also, ich will nicht den 12 an die Wand malen, aber die nehmen sich hier das Recht raus, wenn deine Empfänger sich über die Nachrichten beschweren, nehmen sich das Recht raus, dein Konto sofort zu sperren, ohne dass du Anspruch auf Rückerstattung hast. Und es gibt noch verbotene Branchen, auch bei Active Campaign. Nur mal hier ein paar Dinge, um das mal richtig einzusortieren. Illegale Substanzen, okay, machen wir einen Haken dran. Aber vielleicht auch sowas wie Nahrungsergänzungsmittel, finde ich jetzt persönlich nicht so dramatisch, aber darf man mit Active Campaign nicht. Produkte zur männlichen Leistungssteigerung, okay. Begleitdienst, okay. Affiliate Marketing, aha. Heißt, wenn du zum Beispiel mal ein Amazon Affiliate oder ein HHS Affiliate schickst, oder ein Affiliate von Digistore, weil es in deinem Marketing einfach mit dazugehört, ist das hier schon ein Verstoß. Kreditangebote, Daytrading, Forex, Arbeit von zu Hause aus, Möglichkeiten zur Leadgenerierung ist verboten. Multilevel Marketing, verboten. Anlageberatung, Handlungsmöglichkeiten, verboten. Finanzdienstleistung, Kryptowährung, jegliche Finanzdienstmeisterung, von denen wir nach unserem alleinigen Ermessen feststellen, dass sie ohne Einhaltung der geltenden Gesetze angeboten oder beworben werden, oder dass sie ein Reputationsrisiko für uns darstellen könnten. Oder alle anderen Produkte, die wir irgendwie blöd finden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sowas in den AGBs zu haben, schwierig. Gibt es übrigens in keinem deutschen Tool, würde in Deutschland niemals funktionieren, das dürfen nur die Amis. Also meine Empfehlung, achtet da mal drauf. Ich sage jetzt nicht, du musst jede AGBs immer lesen, aber das ist schon sehr, sehr krass, dieses Beispiel. Und das ist halt absolut real. Gehe auf die Seite, guck es dir an. Also steht genau, ich habe es eins zu eins kopiert, habe hier nichts verändert. Das ist eins zu eins der Text von ActiveCampaign. Also AGBs beachten, gerade wenn du aus diesen Branchen kommst, Affiliate Marketing, Kredit, Leadgenerierung, Arbeit von zu Hause aus, Anlageberatung, Finanzdienstleistung, Nahrungsergänzungsmittel. Wenn du irgendetwas davon hast, dann würde ich auf jeden Fall mal ganz genau nachschauen. So, Support. Was kannst du beim Support beachten? Grundsätzlich musst du immer davon ausgehen, dass wenn du ein Tool hast, in der Tool-Sprache natürlich auch der Support stattfindet. Das heißt, so schön auch manche indische Tools sind, hast halt dann indischen Support. Ist kein Weltuntergang, aber muss man halt wissen. Und auch die Zeitzone übrigens. Also auch da kriegst du natürlich nie just in time eine Antwort. Es sei denn, du bist halt genau zur richtigen Zeit dran. Tool in Tool. Manche Tools, die du benutzt, haben mehrere Tools inkludiert. So, jetzt muss man noch eine Sache sagen. Also es gibt zum Beispiel Tools, die haben ein CRM-System drin, die haben Chatbots mit drin, die haben Landingpage mit drin, Auto-Webinare mit drin und, und, und. Da gibt es ein paar Sachen, die mit drin sein können. Hier ist eine Sache wichtig zu verstehen. Das sind immer, immer Einsteigerlösungen bei allen Tools. Außer bei HubSpot. HubSpot ist wirklich tatsächlich die universelle eierlegende Wollmilchsau. Aber bei allen anderen sind es immer so, ich sag mal, Notlösungen. Also ich kenne kein großes, erfolgreiches Unternehmen, was zum Beispiel das CRM-System in Brevo benutzt. Oder ich kenne kein super, erfolgreiches Unternehmen, was die Webinare von GetResponse genauso benutzt oder die Landingpages. Weil die Landingpages von diesen einzelnen Tools sind nie so geil wie die von Landingpage-Tools. Die CRM-Systeme sind nie so geil wie ein richtiges CRM-System. Das Webinar oder Auto-Webinar ist nie so geil wie ein richtiges Webinar-Tool. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Es gibt übrigens auch so ein paar spezielle Features. Da kannst du mal gucken, was für dich vielleicht wichtig ist. Also es gibt einzelne Tools, die haben zum Beispiel ein Empfehlungssystem. Das heißt, du kannst in deinem E-Mail-Marketing sagen, okay, ich leite jetzt diese E-Mail, also ich schreibe eine E-Mail und bitte meine Kunden, meine Interessenten, meine Leads, mich oder ein Video oder einen Lead-Magneten von mir weiter zu empfehlen. Und jeder, der zum Beispiel 5 oder 10 oder 15 Empfehlungen ausspricht, sprich den Link weiterleitet, was dann zu einer Eintragung führt, der bekommt einen Bonus. So kannst du im Prinzip aus deinem Bestand, deinen Bestand massiv vergrößern, aus sich selbst heraus. Geile Logik, haben nicht alle Systeme. Also wenn sowas wichtig für dich ist, würde ich hier noch schauen. Oder ein Drip-In innerhalb einer Kampagne. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sehr, sehr viele Kunden hast und du möchtest alle zeitgleich auf deinen Online-Kalender schicken, oder besser halt nicht zeitgleich, weil wenn du alle zeitgleich auf deinen Kalender schickst, ist es schwierig, dann gibt es so ein Drip-In innerhalb einer Kampagne. Das heißt, die Kunden kommen in die Kampagne und dann werden pro Tag zum Beispiel nur 50 durchgelassen. Und so hast du dann so einen tröpfelnden Funnel, der kontinuierlich was liefert. Es gibt auch Tools, die können zum Beispiel KI-basiert die Ermittlung von idealen Versandzeiten machen. Oder Tools, die du mit der Webseite koppeln kannst, dass du Push-Benachrichtigungen machen kannst, sofern natürlich der Besucher es zulässt, muss man mal dazu sagen. Es gibt Tools, die können Namen und Geschlecht erkennen. Tools, die können besonders gut Split-testen. Es gibt Tools, die können nicht Split-testen. Das ist viel schlimmer. Also da würde ich auf jeden Fall drauf achten. Es gibt Tools, die können innerhalb einer E-Mail dynamische Inhalte darstellen. Das heißt, dass du eine E-Mail hast, aber wenn jemand das Tag Produkt A hat, kriegt er den Inhalt angezeigt. Und wenn jemand das Tag Produkt B hat, kriegt er einen anderen Inhalt angezeigt. Und wenn einer beides hat, kriegt er beides angezeigt. So was zum Beispiel. Und es gibt Tools, die können natürlich deine Empfänger scoren. Das heißt, die können dir sagen, ist der Empfänger besonders aktiv, warm, heiß? Und dann kannst du eine CRM-Aktion daraus machen und die Person mal anrufen. Auch extrem hilfreich. Das heißt, hier lohnt es sich durchaus mal, ein bisschen den Wettbewerb zu vergleichen. Dann, ganz wichtig, es gibt bei den Zustellraten ganz große Unterschiede. Also Zustellrate heißt immer, wie viele E-Mails von denen, was ich versende, kommen tatsächlich an. Hier denken ganz viele, naja, alle. Nein, niemals alle. Niemals kommen alle E-Mails, die du versendest, tatsächlich an. Das fand ich verrückt. Da gibt es diverse Sicherheitssysteme, da könnte ich alleine eine Stunde drüber reden, aber ich mache es heute nicht. Wichtig für dich zu wissen, es gibt einen sogenannten Shared-IP-Versand. Viele Unternehmen teilen sich eine IP-Adresse. Und es gibt die dedizierte IP-Adresse, die nur ein Unternehmen benutzt. Du kannst bei ganz vielen Tools diese dedizierte IP-Adresse optional buchen. Und ich würde es dir immer empfehlen, immer, ein ausnahmslos, weil es einfach viel besser ist. Muss man aber wissen. Wenn du grundsätzlich wissen willst, welche Tools stellen gut zu, da kannst du hier auf e-mail-tester.com gehen. Da siehst du auch hier immer solche Auswertungen. Ist ein wichtiges Indiz. Natürlich muss man immer so ein bisschen gucken. Gerade wenn E-Mail-Tool-Anbieter solche Tests machen, Überraschungen, dann gewinnen natürlich immer sie selber. Deswegen müsste man hier auf irgendwas Unabhängiges gehen, wie zum Beispiel beim E-Mail-Tool-Tester. Und was die ganze Nummer sicher ist, ist, dass du deinen Senderscore selbst ermittelst. Wenn du mal wissen willst, wie ermittelt man denn seinen eigenen Senderscore, weil vielleicht hast du schon ein Tool, kannst du innerhalb von ein, zwei Minuten deinen Senderscore ermitteln und siehst sofort, wie gut stellst genau du deine E-Mails zu. Und ich kann jetzt schon sagen, die meisten sind erschrocken, wenn sie das einmal sehen. Es ist nicht selten, dass wir Senderscore von unseren, also wenn jetzt ein Interessent bei uns anfragt, dass wir einen Senderscore ermitteln und dann feststellen, es werden nur 65% der E-Mails zugestellt. Und dann merkt man natürlich, oha, da geht einiges mehr, wenn wir hier ein anderes Tool benutzen würden. Und last but not least, müssen wir natürlich das Preis-Leistungs-Verhältnis von dem Tool einmal unter die Lupe nehmen. Und hier habe ich einfach mal gedacht, ich mache mal auch hier die Beispielrechnung von oben. Wir haben also 10.000 Empfänger und wir wollen jetzt ideal, mit der idealen Zustellrate arbeiten. Und jetzt gucken wir uns einfach mal also die größten, bekanntesten Marktsysteme an. Also wir hätten jetzt hier Active Campaign. Wenn die AGBs für dich kein Thema sind und du auch mit dem Datenschutz klarkommst, dann kannst du natürlich mit Active Campaign arbeiten. Hier wärst du entweder im Plus- oder im Pro-Abo-Minimum drin. Gibt es natürlich ein paar Funktionsunterschiede, aber für das, was wir jetzt hier als wichtigen Merkmal haben, würde wahrscheinlich die Plus sogar reichen. Da bist du bei 239 Euro monatlich dabei oder bei der Jahreszahlung bei 189 monatlich. So, wichtig. Es gibt zwar eine monatliche Zahlweise, aber es gibt nur Jahresverträge. Finde ich persönlich sehr unscharmant. Das heißt, du bindest dich gleich echt lange. Also wenn irgendwas mit dem Tool ist, immer Jahresvertrag. Finde ich ein bisschen blöd. Aber okay, machen die halt so. HubSpot. So, jetzt muss man dazu sagen, HubSpot ist ja eine gigantische Lösung. Damit kannst du eigentlich grundsätzlich alles machen. Es gibt HubSpot Service, HubSpot CRM, HubSpot Marketing Suite und so weiter. Ich habe jetzt mal die günstigste, der günstigsten, der günstigsten Lösungen versucht und habe mit 10.000 Kontakten das ermittelt. Da bist du bei 390 Euro im Monat. Das heißt, du bist auf jeden Fall schon mal nah an dem Pro, aber auf jeden Fall über dem Plus-Abo drin. Bei 390 hast du aber noch keine dedizierte IP-Adresse. Wichtig. Die musst du separat buchen für 99 Euro im Monat. Das heißt, wir bekommen hier auf jeden Fall über 400 Euro. Und du hast dann hier auch noch eingegrenzte Möglichkeiten. Also wenn man das auf der Webseite liest, liest es sich nicht attraktiv. Also ich glaube, das ist eher so ein Abwehrpaket. Aber hier würde es anfangen. Du kannst bei HubSpot im Prinzip bist du relativ schnell bei 800, 900 Euro im Monat und hast dann ein geiles E-Mail-Marketing. So, Klick-Tipp. Die deutsche, wahrscheinlich bekannteste und meist gebuchte Lösung, die wir so haben. Hier gibt es unterschiedliche Pakete. Standard, Premium, Deluxe und es gibt Enterprise. Um das jetzt hier richtig vergleichen zu können, nehmen wir die Enterprise-Lösung. Die liegt bei 170 im Monat, allerdings dann auch monatlich kündbar. Wenn du sagst, Jahreszahlung ist kein Thema, dann wärst du bei 153 auf Monat, auf Jahreszahlung und es gibt sogar eine zweijährige Abrechnung. Mit 136 Euro wärst du dann monatlich dabei. Hier der einzige Nachteil, es gibt eine einmalige Einrichtung, die du bei Klick-Tipp bezahlen musst. Und diese einmalige Einrichtung hat damit zu tun, dass das die einzige Software ist, die dir nicht nur eine eigene IP-Adresse gibt. Das machen einige, sondern auch einen eigenen Mail-Server. Das heißt, die eigene IP-Adresse und der eigene Mail-Server und diese Aufsetzen vom eigenen Mail-Server, das ist das, was du hier bezahlen musst. So, Mailchimp, auch hier relativ einfach. Da wäre es im richtigen Vergleich das Premium-Modell. War ich ein bisschen erschrocken. Ich dachte eigentlich immer, dass Mailchimp günstiger ist, aber Mailchimp ist hiermit fast die teuerste Lösung. Mit 322 Euro monatlich oder 241 bei Jahreszahlung. Brevo ist hier ganz klar Spitzenreiter. Also wir haben bei Brevo, würdest du die Business Suite nutzen müssen. Müssen, ist ja nicht teuer. Bei 65 Euro wärst du da. Und du würdest einmal im Jahr 228 Euro für eine dedizierte IP-Adresse bezahlen. Brevo bietet hier ein wahnsinns Preis-Leistungs-Verhältnis an. Also du kriegst extrem viel für extrem wenig. Denn Brevo hat CRM-Systeme mit drin, hat E-Mail-Marketing mit drin, transaktionale E-Mails und, und, und. Also es ist ein relativ bunter Baukasten. Aber man muss noch dazu sagen, Brevo hat, ja, wie soll ich sagen, ein paar, also die ganze Automation ist nicht so richtig einfach. Sagen wir es mal so. Also natürlich haben die total zufriedene Kunden, die haben aber auch ein paar unzufriedene Kunden. Musst ja einfach mal ein paar Bewertungen durchschauen. Und das für mich eigentlich schlagende Kriterium ist gerade hier die Zustellrate. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt hier sieht. Bei dem Thema Zustellrate, also das hier ist der letzte Test, der veröffentlicht wurde, siehst du hier, also du solltest auf jeden Fall mit eins der obersten Tools arbeiten, weil Clicktip, ActiveCampaign, GetResponse, die haben alle gute Zustellraten. Und du siehst hier, Brevo hat eine, also hier, eine vergleichsweise schlechte Zustellrate, witzigerweise aber noch vor HubSpot. Und hier siehst du, was den Preisunterschied halt ausmacht. Also wofür du im Endeffekt Geld zahlst. Du kannst halt davon ausgehen, diese Werte hier werden nur erreicht, weil du eine eigene IP-Adresse kriegst und einen eigenen Mail-Server und halt wirklich den besten Branchenstandard. Und das ist das, was du im Endeffekt auch bezahlst. Deswegen, Brevo ist halt eine super günstige Lösung. Und wenn du jetzt halt nur 50 oder 100 Kontakte hast, okay, dann gibt es keine Wahl. Dann ist es halt eine super geile Lösung. Und dann kannst du da günstig mit durchstarten. Clever Reach. Auch hier würde sogar das Paket Essentials reichen. Was mich hier ein bisschen irritiert hat, ehrlicherweise, war standardmäßig D-Mark, also dedizierte IP-Adresse und IP-Pool-Management, okay, auf Anfrage. Aber D-Mark ist ein totaler Standard, muss gesetzt werden. Also ist mir unerklärlich, warum die das hier als Option anbieten. Das sind so Einträge, die müssen gesetzt werden, damit du eine vernünftige Zustellrate hast. Und ich vermute mal, dass das ganz viele Clever Reach Kunden nicht machen. Was mir erklärt, warum ich sehr häufig bei Clever Reach eine sehr schlechte Zustellrate sehe. RapidMail wäre auch nochmal so eine amerikanische Lösung. Bei 182 Euro. GetResponse auch nochmal eine amerikanische Lösung. Wären wir hier bei der Marketing Automation bei 81,20 Euro. Geht aber auch nur 12 oder 24 Monate. Und jetzt muss man hier noch dazu sagen, klingt auch erstmal super, super günstig. Allerdings, wenn man ein paar Funktionen haben will, also zum Beispiel, die haben dann noch ein GetResponseMax-Paket. Das geht ab 1099 Euro los, monatlich, wohlgemerkt. Und ab hier kriegst du eine dedizierte IP-Adresse. Das heißt, vorher ist es nicht mal optional möglich. Finde ich ein bisschen schwierig. Ab hier kriegst du Premium-Support. Okay, keine Ahnung, was das genau heißt. Und auch wenn du zum Beispiel mehrere Benutzer in einem Konto haben willst, geht auch das erst ab dem GetResponseMax. Finde ich interessante Preisgestaltung. Also wie du siehst, kann man hier schon das eine oder andere wirklich richtig machen, womit du deutlich günstiger wirst oder deutlich teurer. Unabhängig vom Preis. Also selbst wenn du dich jetzt für das teuerste Tool entscheidest und alles mitnimmst, was geht, dann muss man immer noch sagen, es ist immer noch günstiger als andere Marketing-Kanäle. Immer noch. Also selbst wenn du sagst, ich nehme jetzt hier die teuerste Lösung für 800, 900 Euro im Monat, bist du immer noch im Verhältnis in einem extrem guten Return on Invest, wenn es ums Marketing geht. Das ist das Geile. Also achte hier einfach vor allem auf diese ganzen anderen Faktoren. Wie läuft das mit dem Support? Tool & Tool. Brauchst du diese Tool & Tools wirklich? Oder hast du eigentlich eh andere Lösungen? Gibt es spezielle Features, die für dich wichtig sind? Wie sind die Zustellraten? Wie sind die Zustellraten? AGBs, DSGVO, Schnittstellen, Automations? Können die Tools alle und Tag-basiert und Flag-basiert sind nicht alle. GetResponse zum Beispiel ist nicht ein Tag-basiertes System, sondern im Kern ein Listen-basiertes System. Du kannst da zwar Untersegmente bilden, aber auch da wieder nur begrenzt die Segmente bilden mit deinem Jahresplan. Also ja, nicht ganz so einfach zu lösen. Dann hast du das richtige Tool ausgewählt. Jetzt geht es natürlich darum, an welchen Tag versenden wir denn jetzt E-Mails? Und hier kann ich dir ganz klar darauf antworten. Wenn du im B2B bist, Dienstag, Donnerstag oder Mittwoch. Wenn du im B2C bist, Montag, Donnerstag, Dienstag, Mittwoch, Freitag. Falls du dich jetzt wunderst und sagst, hä, die Wochentage gehen in eine andere Reihenfolge. Jawohl, es ist absteigend von vorne nach hinten. Also Dienstag ist hier der interessanteste Versandtag, danach Donnerstag und danach Mittwoch. Im B2C Montag, Donnerstag, Dienstag, Mittwoch, Freitag. Du merkst schon, das Wochenende ist hier nicht mit drin. Ja, Wochenende ist nicht der ideale Versandzeitpunkt. Aber, jetzt muss man natürlich dazu sagen, nicht idealer Versandzeitpunkt ist ein Branchenschnitt. Das heißt, da sind 20, 30, 45 Branchen mit drin aus tausenden Unternehmen. Und dann kommen diese Zahlen bei raus. Das heißt, es kann schon sein, dass genau bei dir der Sonntag der goldene Versandtag ist. Also nimm das als Startpunkt, aber versuch es auch bewusst zu validieren, ob die Zeiten auch für dich so stimmen. Das Gleiche haben wir natürlich bei der Uhrzeit. Uhrzeit, auch hier kann ich dir zwei Zeitfenster nennen. Die sind in allen Studien und auch aus eigener Erfahrung mit die besten. Und das ist einmal 9 bis 12 und einmal 18 bis 20 Uhr. Also zum Beispiel Dienstag, 9 Uhr, super Versandzeit. Donnerstag, 18 Uhr, super Versandzeit. Sonntag, 14 Uhr, schwierig. Haben wir das alles an der Stelle mit drin. So, was ist eigentlich die ideale Versandfrequenz für E-Mail-Marketing? Auch hier können wir sagen, je nach Branche, im B2B bist du absolut durchschnittlich, wenn du drei bis vier E-Mails pro Monat versendest. Also eine pro Woche. Durchschnitt heißt nicht, dass du Vielversender bist. Also es gibt immer so viele Unternehmen, die haben so dieses, oh mein Gott, wir nerven unsere Kunden. Wir dürfen denen keine E-Mails schicken. Andersrum haben die ganze Zeit Cold-Calling-Leute das Telefon in die Hand und rufen pro Tag 300 Leute an, die keinen Bock auf das Gespräch haben. Also ich glaube, wir schauen ja hier so ein bisschen auf den falschen Punkt. Wenn du eine E-Mail bekommst von einem Unternehmen, wo du eingekauft hast und wo du zufrieden bist, ja okay, dann ist halt die eine E-Mail mal fehlplatziert. Oh mein Gott, geht die Welt nicht unter. Wie oft hast du schon eine E-Mail, wenn du die gesehen hast, einfach gelöscht oder als gelesen markiert und bist nicht weiter darauf eingegangen, weil es nicht schlimm ist. Weil es etwas ist, was wir sehr einfach selektieren können. Und von daher ist dann die eine E-Mail mehr auch kein Weltuntergang. Allerdings, wenn du jemanden versuchst, kalt anzurufen und der legt auf und dann rufst du ihn erneut an und der legt auf und dann rufst du ihn nochmal an, dann merkst du schon, wird das Ganze eine andere Nummer. Ja, das heißt, wenn du hier nur im Durchschnitt bleibst, ist es völlig problemlos, wenn du allerdings sagst, ich gehe jetzt hier auf ein bisschen mehr, also auch sechs E-Mails pro Monat, kein Weltuntergang. Im B2C übrigens mehr E-Mails als im B2B. So, wenn du jetzt E-Mails versendest und jetzt hast du diese ganzen KPIs bei deinem E-Mail-Marketing-Tool, Öffnungsraten, Zustellraten und so weiter. Jetzt müssen wir doch mal schauen, was sind denn eigentlich gute Benchmarks? Gute Benchmarks bei der Zustellrate solltest du mindestens 97% erzielen, dann wärst du auf jeden Fall schon mal im guten Niveau. Hier ein paar Tipps. Es gibt ein paar technische Einträge, die von deinem E-Mail-Tool kommen und die sind meiner Meinung nach absolute Pflicht. Also die musst du hier einmal setzen. Dedizierte IP-Adresse ist meiner Meinung nach Pflicht. Wenn du von deinen Empfängern gewitelistet wirst, kriegst du deutlich bessere Zustellraten. So, jetzt die Frage, wie wird man denn gewitelistet? Einfache Antwort, bitte darum. Es geht nicht darum, dass alle dich whitelisten, es geht darum, dass ein paar dich whitelisten und da kann man einfach mal drum bitten. Da macht man eine Kampagne, Evergreen-Kampagne, laufen die durch, du bittest ein Whitelisting, fertig. Ganz wichtig, keine Spam-Traps, keine Spam-Fallen anschreiben. Wenn du alte Listen importierst, dann kann es sein, dass in diesen alten Listen Spam-Fallen drin sind. Und das wiederum ist ein echtes Problem. Das killt deine Zustellrate. Die darfst du auf gar keinen Fall anschreiben. Also entweder musst du die vorher einmal filtern oder du musst halt wirklich passive Kontakte von vornherein zum Beispiel auch filtern, dass wenn Kontakte passiv werden, du die nicht mehr anschreibst. Passiv heißt, die haben sechs oder neun Monate keine E-Mail mehr von dir geöffnet, obwohl sie welche bekommen haben. Die bitte immer filtern. Es gibt manche Tools, die können das automatisch und andere, die können es nicht automatisch. Dann musst du dafür eine manuelle Kampagne bauen. Und das Entscheidende für die Zustellrate ist ein hohes Engagement auf deine E-Mails. Also wenn deine Empfänger sich auf deine E-Mails freuen, sie öffnen, sie lesen, sie komplett auf der Seite bleiben, den Links anklicken, auf den Links, wenn sie sie angeklickt haben, konvertieren, dann hast du immer eine gute Zustellrate. Das ist der entscheidende Schlüssel. Öffnungsrate. Was ist eine gute Öffnungsrate, wenn du E-Mails versendest? Im B2B wärst du im Durchschnitt bei 22 Prozent, im B2C bei 25 Prozent. Das hängt natürlich stark von der Verteilergröße ab, aber meine Meinung nach im B2B auch 25 und 30 Prozent ist absolut realistisch. Wir haben sogar Kunden, die schaffen es auf 300.000 Empfänger, 300.000 Empfänger, eine Öffnungsrate von über 40 Prozent zu haben. Es geht. Das heißt, da kriegst du mit einem Klick einfach mal 120, 130.000 Menschen aktiviert. Das ist absolut irre und das für den absolut geringsten Preis, der überhaupt denkbar ist. Tipps, um eine gute Öffnungsrate zu erzielen, ist hier entscheidend die Betreffzeile. Die Betreffzeile ist der einzige Schlüssel, der darüber auskommt. Stimmt nicht ganz. Die Betreffzeile und der Absender natürlich und die SPF-Einträge und kommt die E-Mail überhaupt an? Aber wenn die E-Mail jetzt getextet wird und wir gehen mal davon aus, du hast das richtige Tool und hast eine dedizierte IP-Adresse und hast die ganzen anderen Sachen richtig gemacht, gibt es vier Taktiken für gute Betreffzeilen, damit die besser geöffnet werden. Taktik Nummer eins ist, dass du in die Betreffzeile, mit der Betreffzeile Neugier erzeugst. Neugier ist sowieso im Marketing einer der mächtigsten Schlüssel und Neugier erzeugst du, indem du zum Beispiel das Satzende weglässt oder du schreibst etwas, was der Gegenüber zweideutig verstehen kann. Ich könnte zum Beispiel eine E-Mail schreiben und sagen, Kunde hat sich beschwert. Würdest du so eine Betreffzeile öffnen? Kunde hat sich beschwert? Wahrscheinlich. Wenn ich jetzt reinschreibe in der E-Mail, die Story ist eigentlich, ein Kunde von mir hat sich bei mir beschwert und ich habe festgestellt, der hat nur was falsch gemacht und ich habe es dann richtig gemacht und dann lief es, dann ist das eine ganz andere Nummer, aber du hast auf jeden Fall aufgrund von Neugier diese E-Mail geöffnet. Taktik Nummer zwei ist die Verknappung. Alles, was knapp ist, wird interessant. Ist ja nicht nur mit Gold und Diamanten so, auch mit allen anderen Gütern. Das heißt, wenn ich sage, nur noch jetzt, nur noch vier Tickets, nur noch bis heute, dann wird durch so eine Betreffzeile die Öffnungsrate besser. Taktik Nummer drei. Personalisierung. Du kannst natürlich Vornamen, Nachnamen oder auch Orte mit in die Betreffzeile reinpacken und dann dadurch bessere Öffnungsraten generieren und last but not least Emoticons. Jedes Emoticon sorgt für bessere Öffnungsraten in der Betreffzeile. Das heißt, Öffnungsraten sollten so immer von dir über 22 oder über 25 Prozent möglich sein, wenn du eine dieser vier Taktiken nutzt. Übrigens, du kannst die Taktiken auch verknüpfen. Du kannst natürlich aus Neugier und Personalisierung, aus Verknappung und Personalisierung, aus Neugier und Emoticons immer eine hammermäßige Betreffzeile packen. Klickraten. Klickraten sind im B2B und B2C sehr, sehr ähnlich, etwa bei 3,5 Prozent. Kommt natürlich extrem darauf an, was du gerade so versendest. Also, wenn du ein teures Angebot hast und das nur noch ein hier buchen, wird es teurer als hier informieren. Logisch. Aber, was kann man machen, um bessere Klicks zu kriegen? Erstmal grundsätzlich, du kannst ein eigenes Domain-Tracking nehmen. Also, was heißt das genau? Wenn du jetzt mal in eine, geh einfach gerne mal in dein Postfach, du kannst das Video pausieren, geh in dein Postfach und schau mal auf irgendeine Marketing-E-Mail und jetzt gehst du mit der Maus auf diesen Link und jetzt siehst du in der Regel unten links oder unten rechts siehst du den Link, der dahinter ist. So, und jetzt hast du zum Beispiel, gehst du auf den Link und dann steht unten Hubspot Mail Punkt bla 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 ganz viele Nummern und dann weißt du, okay, diese Person hat gerade Hubspot benutzt, um eine Mail zu versenden. Wenn jetzt aber, wenn du bei uns zum Beispiel auf die E-Mails gehst, wirst du unten sehen Info.autima. Das heißt, wir benutzen eine eigene Domain fürs Tracking. Das ist natürlich viel glaubwürdiger oder viel weckt mehr Vertrauen, weil einfach es von dem Anbieter kommt. Auch wichtig, dass du pro E-Mail nur ein einziges Thema nimmst. Also wenn du in eine E-Mail halt acht Themen reinpackst, kriegst du in der Regel immer schlechtere Klickraten und ganz, ganz wichtig, Links niemals unmaskiert versenden. Was heißt das? Wenn du einen Link versendest, musst du es so vorstellen, du hast hier das Link Ziel und du hast hier die Adresse, die in der E-Mail angegeben wird und jetzt müsste man ja meinen, jemand klickt hier und kommt hier an, aber so ist es nicht. Wenn das E-Mail-Tool Links, den Klick auf den Link trackt, muss es über einen Sonderpunkt routen, sonst kann man das nicht tracken. Das heißt, du kommst nicht genau da an, wo du eigentlich denkst anzukommen, sondern du gehst über B zu A. So, das alles ist grundsätzlich technisch immer so und kein Weltuntergang, aber wenn du den Link einfach so in die E-Mail packst, ohne den zu maskieren, also ohne zum Beispiel zu sagen, hier klicken und da ist der Link hinter, dann wird das E-Mail-Tool Outlook, EM-Client, Thunderbird, wie sie alle heißen, wird sagen, Moment mal, die Adresse, die du hier versuchst anzusteuern, ist nicht die Adresse, wo ich hinkomme, wenn ich auf den Link gehe. Das stellt ein echtes Risiko dar und könnte ein Phishing-Versuch sein. Willst du wirklich auf den Link klicken? Dann gibt es natürlich ganz viele User, die dann sagen, um Himmels Willen will ich lieber nicht. Zu Recht. So funktioniert nämlich Phishing. Das heißt, wenn du Links nicht maskierst, gehst du das Risiko ein, dass Menschen nicht mehr auf deinen Link klicken, weil sie das Gefühl haben, es ist Phishing, was es eigentlich dann an der Stelle gar nicht ist, weil du bist ja hoffentlich kein Spammer, der das hier gerade schaut. Genau, also wichtig, Links niemals unmaskiert versenden. So, jetzt haben wir die Bounce Rate. Bounce Rate heißt, die E-Mail-Adresse funktioniert nicht, sollte in der Regel nie über 0,5 liegen. Auch hier meine Tipps. Alte Listen, wenn du eine alte E-Mail-Marketing-Liste hast, unbedingt vorher verifizieren. Das kannst du mit eigenen Tools machen. Es gibt Tools, die prüfen wirklich nur, sind die Empfänger noch verfügbar. Die guten E-Mail-Marketing-Tools machen das beim Import alle selbst, weil die natürlich sich selbst schützen wollen. Die wollen ja auch keine alten Liste anschreiben. Passive Empfänger filtern, hatten wir schon. Und hier, um eine möglichst ideale Bounce Rate zu kriegen, empfehle ich dir, alle DSGVO-Standards zu erfüllen. Also einen austragenden Link hast du eigentlich immer mit drin. Und E-Mail-Berichtigungen haben auch noch viele, aber es gibt auch eine Datenberichtigung, die ist eigentlich verpflichtend. Und eine Selbstauskunft, die ist auch verpflichtend. Wenn du die hier mit reinpackst, landest du viel seltener im Spam- und im Werbetab. Viel seltener. Es ist ein essentieller Tipp hier an der Stelle. Also, wenn du einfach wirklich im Postfach landen willst und nicht im Werbetab und nicht gebounced werden willst, dann einfach nutze hier die ganzen DSGVO-Standards. Und die Abmelderate, die sollte niemals über ein Prozent liegen, jedenfalls nie dauerhaft. Kann beim ersten Mailing passieren, aber dann idealerweise nicht beim zweiten und dritten mehr. Auch hier kannst du zwei Sachen benutzen. Also, du kannst grundsätzlich eine Dublettenprüfung anbieten. Das heißt, wenn du jetzt lange E-Mail-Marketing machst, wirst du es haben, dass Menschen bei dir sich mit der ersten E-Mail-Adresse eintragen, mit der zweiten, mit der dritten, mit der vierten, weil sie einfach bei der Bestellung eine andere Mail-Adresse benutzen, für den Zugang eine andere Mail-Adresse, für den Lead-Magnet eine andere, für die Terminbuchung eine andere und so weiter. Es sind aber immer die gleiche Personen. So, wenn du jetzt alle Dubletten zeitgleich anschreibst, kriegt eine und dieselbe Person die gleiche E-Mail viermal. Und dann hast du natürlich bei drei E-Mails ein schlechtes Engagement oder eine Abmeldung oder einen Bounce oder einen Spam-Beschwerd. Und das will man natürlich verhindern und dafür gibt es Tools, die können Dublettenprüfungen machen. Und ebenfalls kannst du, um deine Abmelderate Abmelderate zu senken, auch die Pause anbieten. Also man kann auch sagen, klicke hier und pausiere unsere Newsletter für zwei Monate zum Beispiel. Machen ganz viele und kommen dann wieder in den Verteiler und tragen sich dadurch gar nicht erst aus. Genau. So, jetzt haben wir uns eine ganze Menge angeschaut. Das heißt, jetzt haben wir erstmal alle Benchmarks und dennoch habe ich hier einen Punkt, was wirklich zählt. Also, ich gehe mal davon aus, dass du bis jetzt auf jeden Fall das richtige Tool hast, richtigen Versandtag, eine richtige Versandzeit, du hast jetzt die ganzen Tipps beachtet, dann bist du jetzt schon weit überdurchschnittlich. Ist so. Also, das ist das, was selbst, also, wo man denken müsste, Profi-Unternehmen, Unternehmen mit 100 Mitarbeitern, wo alleine 4, 5 nur im E-Mail-Marketing arbeiten, selbst die machen diese Basics nicht richtig. Kann ich dir aus der Praxis sagen, habe ich ganz oft gesehen. Es gibt einen Part, wenn du diese Basics alle richtig machst, der kickt dein E-Mail-Marketing komplett auf ein neues Level und dieser Part alleine würde auch schon richtig viel bringen. Die Kombination macht es natürlich interessant und dieser Part ist Copywriting. Das heißt, die Fähigkeit, Texte so zu schreiben, dass der Gegenüber kaufen will. Dass du wirklich dem Gegenüber, da gibt es natürlich hypnotische Sprachnuster, da gibt es Dinge, die du in bestimmter Reihenfolge sagst. Du würdest zum Beispiel Werben an den Satzanfang stellen, um den Lesefluss zu beschleunigen. Du benutzt keine Substantivierung, du sprichst Leser direkt an. Da gibt es ganz viele Dinge, die man richtig machen kann oder falsch machen kann. Und richtiges Copywriting ist die zentrale Rolle, ehrlicherweise, im Marketing. Es schlägt jede Form von Design. Also du kannst eine gut designte E-Mail gegen eine E-Mail mit einer guten Copy gewinnt immer die gute Copy. Schlägt jede Versandzeit, schlägt jeden Versandtag, also auch an einem schlechten Versandtag, wirst du mit einer guten Copy mehr performen. Allerdings an einem guten Versandtag natürlich noch mehr. Und schlägt auch das E-Mail-Tool in einem gewissen Rahmen, nämlich im Rahmen der Zustellrate. Also was nichts nützt, ist, wenn du ein E-Mail-Tool hast, wo du halt einfach nur 40% der E-Mails zustellst, dann kannst du eine supergeile Copy haben. 60% der Leute kriegen nie deine E-Mail. Dann würdest du wahrscheinlich mal hier die schlechte Copy sogar gewinnen, wenn das zugestellt wird. Aber wenn du diese Basics hier oben alle hast, wenn du die Basics hier oben alle hast, dann hast du natürlich wirklich unfassbar gewonnen und dann kannst du mit der richtigen Copy einfach abräumen. So, jetzt haben wir uns schon eine ganze Menge angeschaut. Also wir wissen einmal schon, was sind die Basics, warum E-Mail-Marketing, warum nach wie vor, mit welchem Tool, welche Versandtage, welche Versandzeiten, welche Versandfrequenzen, was sind die Benchmarks und wie, was ist eigentlich der große essentielle Schlüssel? Schauen wir uns mal an, was sind die besten Strategien, um eigentlich jetzt Leads zu generieren? Denn es gibt ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und da müssen wir hier als allererstes mal eine Grundsatzerklärung machen, die ganz viele nie bekommen haben. Es gibt nämlich unterschiedliche Arten der Leads. Es gibt die sogenannten Marketing-Qualified Leads, die Sales-Accepted Leads und die Sales-Qualified Leads. Das sind alles unterschiedliche Lead-Status. Und wir müssen natürlich, wenn wir sagen, ich will Leads generieren, schon mal uns ein bisschen darüber unterhalten, was denn für Leads eigentlich? Also brauchen wir die alle Sales-Qualified oder generieren, qualifizieren wir die selbst oder, oder, oder? Das ist erstmal wichtig zu verstehen, weil wenn du jetzt zum Beispiel eine Agentur hast, die sagt, wir generieren dir Leads, dann kannst du mal fragen, ja, was denn für Leads? Marketing-Qualified oder Sales-Qualified? Das ist ein Riesenunterschied. Weil die hier buchen selber schon einen Termin und sind in deinem Kalender drin und die hier haben von dir ein Lead-Magnet runtergeladen. Was jetzt nicht schlecht ist, aber nicht per se heißt, dass die Person kauft. Hier gibt es natürlich wieder unterschiedliche Traffic-Kanäle, Social Media, kennst du alles, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube. Hier, YouTube eine Sonderheit. YouTube ist die einzige Plattform, die Search und Discovery drin hat. Facebook, Instagram, Pinterest und so weiter machen ja kein Search. Du kannst zwar auf der Plattform suchen, ja, weiß ich, und es gibt Hashtags und kannst Themen folgen, aber ganz ehrlich, niemand, absolut niemand, geht jetzt auf Instagram, weil er sagt, ich suche jetzt einen Anbieter für meinen Leasing-Vertrag, für ein neues Auto-Leasing. Macht kein Mensch. Kein Mensch geht deswegen auf Instagram, kein Mensch geht deswegen auf LinkedIn, aber Menschen gehen deswegen auf YouTube oder auf Google, denn es sind Suchmaschinen. Aber man lässt sich auch berieseln, auch bei YouTube. Das heißt, du hast bei YouTube die einzige Plattform, wo du beides in einem drin hast. Deswegen finde ich das besonders spannend, einfach nur mal, um es auch im Verständnis zu haben. Du hast natürlich überall die Möglichkeit, bezahlte Anzeigen zu schalten und auch hier gibt es die zwei großen tendenziellen Unterschiede. Du hast Search, das heißt, jemand sucht nach dir und dann bezahlst du dort. Da hast du zum Beispiel die Google-Anzeige, ganz klassisch. Du suchst einen Schlüsseldienst, lokal, zack, oben, erster Eintrag, Schlüsseldienst. Und es gibt auch die Discovery-Ads, das heißt, jemand sucht nicht nach dir, der kriegt den Impuls von außen. Wäre alles, was mit Meta zu tun hat, jede Form von Display-Ads hat damit zu tun. Du kannst bei Google natürlich Suchmaschinenoptimierung betreiben, durch Magazine, Blogs, durch Optimierung On-Page, Off-Page, durch Backlinks. Du kannst dein eigenes Buch schreiben, sowohl analog als ein digital Amazon Kindle veröffentlichen. Auch eine coole Möglichkeit. Du kannst Vorträge halten und dort Leads generieren. Du kannst Affiliate-Marketing benutzen, kannst andere Partner benutzen, die auf dich gehen. Cold-Mailing hatten wir oben schon und dann gibt es natürlich ganz viele 1 zu 1 Traffic-Strategien. Die sind aber alle voll abhängig von deiner Person, also nichts, was man jetzt supergeil skalieren kann. Das Entscheidende, und das ist das Entscheidende, dass du in den richtigen Kanal richtig reingehst. Das heißt, wenn wir mal davon ausgehen, wenn jetzt, wir machen mal das Beispiel, jemand ist bei Instagram unterwegs und der sieht jetzt zufällig deinen Post, wird er nicht sofort kaufen. Das ist ganz offensichtlich so. Wenn allerdings jemand in einem anderen Lead-Status ist und bei Google ganz konkret nach deiner Dienstleistung sucht, ist der schon sehr nah dran am Kaufen. Jetzt würde ich natürlich, wenn jemand bei Instagram dich sieht, eher mit einem Lead-Magneten arbeiten, um den Impuls zu setzen und wenn jemand bei Google dich sucht, eher mit der direkten Anfrage arbeiten. Der Lead-Magnet als solches ist aber der universelle Beschleuniger in deinem Marketing. Der Lead-Magnet heißt, du gibst irgendwie wie eine kostenfreie Kostprobe. Die sollte idealerweise dein Expertenstatus bestätigen. Das Ziel ist, dass du ein kleines spezifisches Problem sofort löst und dadurch eigentlich ein größeres sichtbar machst. Gibt es in unterschiedlichsten Formaten, Texte, Grafik, Video, Zugang zu internen Bereichen, Gutscheincodes, kostenfreie Tests für Software und so weiter und so fort. Es gibt einen entscheidenden Schlüssel. Einen entscheidenden Schlüssel bei dem Thema Strategie zur Lead-Gewinnung. Und dieser entscheidende Schlüssel ist natürlich eine Kombination, ist grundsätzlich eine Klarheit im Angebot. Das klingt jetzt total einfach und manche Leute sagen, ja, ich weiß doch, was ich anbiete. Aber Klarheit im Angebot heißt, dass du entweder No-Brainer Lead-Magneten hast. Also etwas, was ich, wenn ich sehe, unbedingt haben will. Weil ich sage, es ist total sinnlos, es nicht zu nehmen. Oder du hast sogar ein No-Brainer-Offer. Du hast also ein No-Brainer-Angebot. Wenn ich dir zum Beispiel sage, wir machen für dich das E-Mail-Marketing mit deiner bestehenden Liste und wenn wir im ersten Monat keinen Auftrag, keinen Termin, keinen warmen Lead aus deiner Liste holen, sind wir komplett gratis. Jetzt gibt es eigentlich von deiner Seite aus ein, naja, was kann mir schlimmstenfalls passieren? Eigentlich nichts. Wir sind komplett gratis, wenn es kein Ergebnis gibt. Jetzt gibt es natürlich ein paar Fragen, wie wird das abgerechnet, was ist genau der Lead und so weiter. Aber es ist ein No-Brainer-Offer. Klarheit in der Zielgruppe. Auch hier ist die sinnvolle Positionierung für eine Zielgruppe ein Problem besser zu lösen als jeder andere. Wichtig auch, du musst den Fokus auf Lead-Generierung kriegen. Die wenigsten Unternehmen haben das. Es gibt einige, die machen nur Content, es gibt einige, die wollen nur verkaufen, aber wirklich Leads zu generieren, darauf muss man im Marketing den Fokus setzen. Und mein entscheidendes Learning, du musst erstmal einen einzigen Traffic-Kanal meistern, bevor du weitere anmachst. Fokus auf viele Kanäle, vor allem dann, wenn du ein kleines Team hast oder gar kein Team, ist die größte Erfolgsbremse überhaupt. Weil du wirst niemals auf sechs, sieben Social-Media-Kanälen zeitgleich erfolgreich. Unmöglich. Du solltest etwa 40% deiner Zeit investieren, um deine Traffic-Kanäle und deinen Vertrieb zu meistern. Und hier meine Empfehlung, Outsourcing, nein. Erst verstehen, dann abgeben. Es gibt ganz viele, die wollen natürlich so diesen entspannten Weg. Ich habe eine Agentur, die macht für mich Social-Media. Gib dir Brief und Siegel, das klappt nicht. Aus einem einfachen Grund. Die kann natürlich Social-Media machen, natürlich kann die Post machen, natürlich kann die ein bisschen mehr Reichweite aufbauen. Aber da wird es keine Wunderheilung geben, die werden nicht auf einmal ganz viel für dich lösen können. Wichtig ist, dass du immer die Dinge richtig verstehst und wenn du sie richtig verstanden hast, dann kannst du sie abgeben und dann bist du auch ein guter Sparringspartner für die Agentur. Und dann kann die Agentur auch performen. Auch ganz wichtig, ein Fehler, den ich relativ häufig sehe, verwasche bitte nicht die Werkzeuge mit Methoden. Also, ich mache mal ein Beispiel. Es gibt eine sehr, sehr gute Facebook-Gruppenstrategie. Die nutzen ganz viele Coaches, sehr erfolgreich, nachweislich, eine der für mich besten Strategien in diesem Zusammenhang. Und dann gibt es einige, die nehmen die Hälfte der Facebook-Gruppenstrategie und die Hälfte der Webinarstrategie und packen das zusammen und machen dann kostenfreie Webinare über drei Tage. Das klappt nicht. Oder die machen das Thema Lead-Magnet und Webinar vermischen die und dann denken die, ihr Webinar ist ein Lead-Magnet. Ist er aber nicht. Oder die haben Bestandskunden-Marketing und die versenden an ihre bestehenden Leads, aber immer wieder neue Lead-Magneten. Das passiert auch. Das bringt natürlich gar nichts. Die sind ja schon da. Also damit generiere ich ja nichts Neues. Also bitte niemals Werkzeuge und Methoden zusammenbringen und wenn es dann läuft, tracken, optimieren, wiederholen, tracken, optimieren, wiederholen, tracken, optimieren, wiederholen. So läuft es im Marketing. Wenn du dich an dieser entscheidenden Schlüssel hältst, dann wird das Ganze bei dir auch richtig gut funktionieren. Und nun schauen wir uns doch mal das Ganze in der Praxis an. Wie funktioniert es denn? Erstmal ganz grundsätzlich, wie macht man so eine Strategie aus der Meta-Ansicht? Gucken wir einmal von ganz oben drauf. Das Grundsätzliche ist, wir brauchen immer am Anfang ein Konzept und einen Fahrplan. Jeder Aktionismus, ich fange jetzt mal an mit LinkedIn, ich gehe jetzt mal und mache das, ist immer zum Scheitern verurteilt, weil du wirst bestimmte Dinge einfach nicht durchdenken. Man muss Dinge am Anfang einmal durchdenken. Diese Zeit holst du dreifach, vierfach raus hinten. Heißt, überlege dir, welche Kanäle. Wann brauche ich E-Mail? Wann brauche ich WhatsApp? Wann brauche ich Webinare? Mache ich ein Telesales? Mache ich keins? Das muss einmal vorher klar sein. Dann solltest du natürlich deine Botschaft definieren. Also, welche Probleme löst du? Was adressierst du? Welche Lösung gibst du raus? Wie kriegst du das Vertrauen aufgebaut? Und wie kannst du das Anbieterbewusstsein schärfen? Also, was gibst du raus, damit Menschen wirklich mit dir interagieren wollen? Diese Dinge sollte man sich vorher durchdenken, dass man einmal weiß, wo bin ich eigentlich richtig? Und dann geht es natürlich darum, diese Botschaft immer wieder zu wiederholen mit einem neuen Angle, also aus einer neuen Perspektive. Auch das sollte man sich vorher durchdenken. Schauen wir uns doch mal ganz konkrete Case Studies an, an der Stelle von uns. Wir starten einmal mit dem Fallbeispiel von Dr. Martina Stotz. die ist Expertin für liebevolle Kindererziehung und hat unterschiedliche Online-Kurse, also wirklich reines Online-Business, reines Online-Kurs-Business. Hier haben wir am Anfang auch Konzept und Fahrplan erarbeitet und das Ganze lief so, wir haben erstmal überlegt, woher kommt der Traffic, wie werden Leads generiert, da war schon klar, es gab schon Lead-Magneten und es gab Online-Kurse. Als Traffic haben wir dann Instagram genommen und das Ganze organisch, im Schwerpunkt, Paid gibt es auch einen kleinen Anteil, wie werden Leads qualifiziert und Kunden verwandelt, grundsätzlich nur über E-Mail-Sequenzen und über live und automatisierte Webinare, das ist also der große Hebel, live und automatisierte Webinare, da gab es keine Verkäufer oder kein Telesales oder ähnliches und nach dem Abschluss haben wir grundsätzlich noch Onboarding-Prozesse automatisiert, Bewertungsumfragen, Bittum-Empfehlungen und natürlich ein systematisches Cross-Selling. All das war erstmal Konzept und Fahrplan und hier die Ergebnisse. Wir haben mittlerweile über 60.000 Menschen im Verteiler aufgebaut, wir haben das ganze komplette System als Struktur geschaffen, also E-Mail-Marketing, Online-Kurs-Plattformen, Zahlungsanbieter, Webinare, alles läuft. Es gibt jetzt mittlerweile mehrere Online-Kurse, es gibt auch jetzt das erste High-Ticket-Angebot und wir haben im ersten Launch 50K schon generiert im zweiten 200 und im dritten über 700K Umsatz generiert. Also da geht richtig was und haben mittlerweile auch ein kleines Team aufgebaut. Anderes Beispiel, Hermann Scheram, den kennen doch relativ viele, der Speaker, Autor, Unternehmer, Multi-Unternehmer eigentlich und hier auch Konzept und Fahrplan war auch die erste Frage, woher kommt der Traffic und da war relativ klar, wir starten mit Paid Ads und später wurden peu a peu alle anderen Kanäle aufgebaut. Also mittlerweile haben wir dort alle Kanäle. Leads werden grundsätzlich generiert über Lead-Magneten, über kleine Online-Kurse, über günstige Live-Events und natürlich über Bücher und auch hier haben wir mehrere Möglichkeiten, um die Leads zu qualifizieren. E-Mail-Sequenzen, Live-Webinare, Live-Events und auch Telesales kamen später mit dazu. Und nach dem Abschluss gibt es auch hier Onboarding, Bewertung und systematisches Cross-Selling. Was haben wir dort erreicht? Wir haben innerhalb der ersten zwölf Monate tatsächlich einen sechsstelligen Verteiler aufgebaut und Hermann Scherer mit seinem Team gehört mittlerweile zu den schnellst wachsenden Unternehmen in Europa und das nicht zum ersten Mal, nicht zum zweiten Mal, nicht zum dritten Mal, sondern mittlerweile, ich glaube, fünfmal in Folge. Wir haben hier die komplette Systemstruktur geschaffen, auch von E-Mail-Marketing, Online-Kurs, Zahlungsanbieter, Webinar und so weiter und so fort. Mittlerweile macht er über 20 Millionen Euro Jahresumsatz und hat ein über 50-köpfiges Team aufgebaut. Also wirklich der absolute Wahnsinn und hier muss man auch ganz klar sagen, diese ganzen Ergebnisse und Zahlen, die hier unsere Kunden haben, das hat natürlich etwas mit dem automatisierten Marketing zu tun, natürlich auch mit dem, was wir machen, aber grundsätzlich bringen die alle, alle, dieses Unternehmergehen mit, die können alle ihr Thema, die sind alle Experten auf ihrem Gebiet, die haben alle vorher schon Dinge, die funktionieren. Das ist ganz wichtig. Du kannst dein Marketing nicht automatisieren, wenn du beim Stand Null bist. Das macht auch gar keinen Sinn. Ja, also du wirst ja auch nicht irgendwie einem Fahranfänger, einem Supersportwagen als erstes Fahrzeug geben. Das macht auch gar keinen Sinn, weil wo soll man das ausfahren? Das heißt, es muss im Marketing und im Vertrieb schon eine Struktur geben, auf die man aufbauen kann und dann kann zusammen mit unserer Hilfe das ganze Ding richtig durch die Decke gehen. Letztes Fallbeispiel, weil es vor allem so schön anders ist aus dem Bereich Berufsorientierung, die Firma Ausbildungskompass. Auch hier gab es ein Konzept und hier war der Traffic ganz anders, weil ganz anderes Segment, ganz schwieriges B2B-Segment. Hier haben wir sogar mit Coldmailing gearbeitet, mit Bestandsdaten, persönliche Akquise und wir haben Empfehlungspartner mit ins Boot geholt. Wir haben immer auf die direkte Beratung gepitcht, also da gab es im Prinzip gar keine Marketing-Qualified-Leads, wenn man es so möchte und haben dann über E-Mail-Sequenzen und persönliche Beratung alles gemacht. Was haben wir hier geschafft? Natürlich auch Onboarding und Bewertungsumfragen. Wir haben mittlerweile den Fokus auf das Wesentliche und das ist das, was die Monika auch sagt. Wir haben auch hier eine komplette Systemlandschaft geschaffen und der Umsatzzuwachs. Wir haben über 65,9% mehr Aufträge innerhalb der ersten neun Monate generiert. Man muss dazu sagen, mehr Aufträge klingt ja immer nett. Wir reden hier von über 1.100 Neukunden im Jahr und die kommen nicht nur mehr, sondern auch mit größeren Bestellwerten, weil wir sie einfach besser vorher abholen. Das heißt, wir haben hier den Umsatz richtig, richtig angekurbelt. Ja, und wenn du jetzt für dich sagst, das klingt alles super spannend und wo soll ich denn jetzt eigentlich anfangen? Was sind denn die ersten Steps und die ersten Themen und jetzt hast du so viel Infos? Hast du natürlich mehrere Möglichkeiten. Du kannst jetzt die ganzen Details hier nochmal anschauen und kannst sie ja immer für dich rausziehen. Schöne bei YouTube, du kannst immer zurückspulen. Wenn du jetzt direkt einen Ansprechpartner haben willst und sagst, okay, ich will diese Strategie auch bei mir implementieren, ganz einfaches Thema, buch dir bei uns auf der Webseite ein Beratungsgespräch und dann können wir einmal schauen, können wir sowas für dich umsetzen und wie würde es im Detail wirklich aussehen?